Hey, was geht? Ich bin Cody und ja, ich bin hier gerade am Morgen und trinke mir schönen Kaffee und wollte euch einfach mal ein bisschen was erzählen und vielleicht mal was fragen und zwar hört ihr im Hintergrund sogar noch die Vögelchen. Wir haben gerade 6.48 Uhr und ich nehme das hier für euch auf, weil ich gerade einfach Langeweile habe. So, dann dachte ich mir, komm, habe ich doch die Zeit, nehme ich sie mir auch und plöpere das einfach ab, was ich jetzt noch loswerden wollte, was mir so gerade im Kopf vorschwebt. So, also als erstes habe ich ja einen neuen Kanalbanner, da könnt ihr mir mal auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den Kanalbanner, der hat mir MrRolot gemacht. Finde ich persönlich sehr geil, also das mit dem Design, hat er das Logo hinten eingebracht, dann so ein cool Schriftzug und ja, man sieht auf jeden Fall, dass es was jetzt so langsam mehr mit Minecraft zu sehen ist. Und das wollte ich eigentlich auch, weil es ja doch immer mehr wird und es auch euch sehr gefallen tut, irgendwie so, ne? Ja gut. Als nächstes hat er mir auch noch ein Intro gemacht, das werde ich euch jetzt einblenden. Und dann könnt ihr ja mal jetzt, nachdem ihr das gesehen habt, einfach mal schreiben, wie ihr das findet, wenn ich das so vor meine kleinen Minecraft-Videos immer vorschneide. Ähm, findet ihr das cool? Hättet, oder findet ihr das kacke? Würdet ihr da irgendwas anderes dran gemacht haben wollen? Aber ich werde das jetzt erstmal so, denke ich, verwenden. Ich will aber trotzdem eure Meinung dazu wissen. Und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Eben meinen Schluck trinken. Moment. Ihr müsst wissen, ich trinke eigentlich überhaupt keinen Kaffee. Aber im Moment stehe ich immer so früh auf und dann brauche ich das einfach als Muntermacher. Ähm, als nächstes Thema habe ich auch schon auf Facebook gepostet, wird bald ein Projekt starten. Ein Vanilla-Minecraft-Projekt, da spielen wir, welche Version wir spielen, sage ich euch noch nicht. Aber es heißt auf jeden Fall CoreCraft und es sind einige YouTuber mit dabei. Die erste Folge habe ich gestern auch schon aufgenommen mit den ganzen Leuten. Ähm, wird so eine kleine Pilotfolge, wird nicht sehr lange dauern, aber dann könnt ihr, könnt ihr euch auch drauf freuen. Ich denke, das wird nächste Woche irgendwann kommen. Ähm. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das ein gutes, cooles Projekt wird, dass ihr auch dann mit dabei sein werdet und das Ganze feiern werdet. Dann als nächsten Punkt, ähm, würde es mich mal interessieren, ihr wisst ja, ich mache jetzt diese Minecraft-Minigames. Kennt ihr auch Minigames, die ich vielleicht mal spielen sollte? Ich kenne mit Sicherheit nicht alle Minigames, die man in Minecraft spielen kann auf irgendwelchen Servern. Wenn ihr irgendwelche kennt, wie zum Beispiel diese Mario-Party-Spiele, äh, was gibt's noch auf diesem Shotball, Rage-Mode, äh, irgendwie sowas, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich würde gerne neue Modis auch kennenlernen, ja? Ich kenne mit Sicherheit noch nicht alle, wie schon gesagt. Ähm. Dann heute im Verlauf werden auf jeden Fall noch, ähm, zwei Smash-Videos kommen, weil ich voll verplant habe. Also, ich habe in letzter Zeit so viel aufgenommen gehabt und vorher überhaupt gar nicht überlegt, wann veröffentliche ich das eigentlich? Wie kriege ich das irgendwie geregelt, dass die Leute das dann auch bei sich hochladen? Ich möchte das ja immer so machen, dass wenn ich es hochlade, die anderen das auch hochladen, wenn sie aufgenommen haben. Das ist zum Beispiel bei mir beim Stormy auch so und wir haben jetzt, ähm, abgemacht, dass das immer am Wochenende kommt, weil er dieses Minecraft-Weekend hat. Und, ähm, dann ist es halt für mich ein bisschen schwer, wenn ich vorher mit jemand anders schon ausgemacht habe. Ja, wir machen, ähm, Donnerstag das und das und dann habe ich ganz vergessen, dass ich, ähm, Donnerstag schon eine andere Folge habe. Mit, ähm, jemandem in Smash zum Beispiel, weil heute kommen jetzt zwei Folgen Smash, dafür aber nichts anderes, weil ich keinen Superjob für diesen Tag habe. Ähm, ist immer so ein bisschen schwer zu, ähm, koordinieren. Jetzt, ich habe, wenn man so viel aufnimmt, kommt man einfach mal durcheinander. Ich hoffe, ich nehme mir das nicht übel. Ähm, ähm, ja, gut, das war dazu. Schreiben wir auf jeden Fall meine Mini-Games in die Kommentare. Viel mehr habe ich auch eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich würde auf jeden Fall mal eure Meinung wissen zu den paar Sachen. Ähm, und vielleicht noch, ich habe ja kein längeres Projekt mehr, außer dieses Minecraft-Weekend, was dann startet. Habt ihr vielleicht irgendein Spiel, so, was vielleicht nicht mega lange dauert, aber vielleicht auch so ein vernünftiges, also so ein richtiges Spiel. Nicht, nicht irgendwie Minecraft-Minigame oder so. Irgendwie wie Tomb Raider oder Need for Speed. Irgendwas Kürzeres habt, und kennt ihr da eins, worauf ihr Bock hättet, das von mir zu sehen? Ähm, mir wurde schon geschrieben, dass Zelda was cooles wäre, dafür brauche ich aber den Files-Let's-Play. Der, weiß ich nicht, zur Zeit wahrscheinlich nicht zu bekommen kann. Der genießt das Vögelgeräusch im Hintergrund, genau. Das Vogelgeräusch im Hintergrund, schöner Morgen. Ähm, ja, wenn ihr da eine Idee habt oder einen Wunsch, dann äußert das auch mal in den Kommentaren. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann bin ich fertig hiermit. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video oder bis nachher bei Smash. Und adiosli! Tschüssi!